Na Großer, was geht bei dir? Guck mal hier. Na Mensch, perfekte Größe. Glitzert mega an der Sonne und die Mädels fahren drauf ab, das glaubst du gar nicht. Dann ist doch endlich deine Zeit der Unfähigkeit vorbei. Dann läuft das wieder. Das Ding hilft gegen alles. Neulich stehe ich da, neben mir einer einen zu viel getrunken. Das ist weggespritzt von dem Hut, sage ich dir. Aber naja, um Leberwerte musst du dir wahrscheinlich keinen Kopf machen, oder? Klo, Schlange, scheißegal, du gehst dran vorbei. Da traut sich keiner was zu sagen, okay? Beste, was dir passieren konnte, würde ich mal behaupten. Hilft gegen Kater. Hundertprozentige Aerodynamik gegen Xavier Naidoo, 5G und Fledermäuse.